Kann das sein? Regnet es bei dir auch? Ja, blick mal weiter. Brennen einfach, okay? Ich bin gleich da, ich brauche noch so 20 Sekunden. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den normalen am besten. Weil Heavy ist bei dem Rätsel, also wo du in die Distanz sparen musst. Also in die Horizontale finde ich nicht so gut. So, wir können. Soll ich es nachher wieder auf normal umschalten? Weil ich glaube eben, normal finde ich irgendwie am angenommsten. Fluffy? Es ist mir, es mir, es mir Latte. Ist dir, ist dir Latte. Ja, na dann. Das funktioniert. Das funktioniert. Lass mal zu erwarten. Neiße. Das wird böse enden. Drei, eins. Drei, eins. Oh, fuck. ich krieg auch immer nur die behinderten um dich zu besiegen jedes mittel ist mir recht ich mach mal ganz kurz wieder auf medium ich finde medium am besten heavy ist teilweise ein bisschen zu herausfordernd und ich weiß auch nicht jetzt wieder neu hatte ich gleich wieder ein darf ich nicht zurück das war abrichten der schwierigkeitsgrad machen wir normal die machen zufall zu verpflichten so ich lade dich ein moment die einladung ist raus ja habt bekommen vielen dank er noch gerne die kriegt immer die kriegt immer so viel ich will jetzt den over spielen jetzt auch mal so viel so viel zement kriegen wie du ja 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 nein ja direkt 2 ist klar oh mein gott das spiel hasst mich aber steht immer noch top balla ja natürlich für den link angepasst guck dir den anderen ganz links ich merke schon ich habe den dreh raus hier bei diesen jetzt geht's die warnungsarbeiten dessen sollten vorbei sein nico im rot ist das beste ist doch kein team ist das beste das ist das ist immer so die standard das ist das standard verhalten der menschen mein land ist das westland der welt oder war clever von dir scheiße denn der nächste wird beschissen der kommt hierhin oh man nein ja fuhr krieg ich den krieg ich den so geil hingebacken wie du manchmal ein krieg doch krieg ich jetzt ist vorbei 9 9 9 genau runter 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 nein du machst 4 nicht vorbei ja 4 3 ja haha haha nice ey hab so als ich den rechten runterfall so hab ich mir gedacht seh jetzt ist fertig jetzt ist Ende gelände ich bin so ein vollidiot ich krieg ich krieg den hals nicht voll genug und dann denke ich dann verliere ich auch nicht über überleben oi 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 o ich ihm auch noch es geht obwohl es geht ne das ist nicht nein warum machst du das zeit nichts kann ist ganz nicht zu ach nee komm nein bitte was warum ist der gefallen da unten habe ich gar nicht mehr gebaut guck dir das an ich bin bei was los auch die wurde ist das beste team weil es am meisten mitglieder hat ja das macht es nicht so recht und das macht mich nur wieder und zurück und verliert trotzdem das macht es nicht zum besten sondern nur zu dem team das am meisten mitglieder hat ja natürlich klar mehr mitglieder werden mehr arinen eingenommen je mehr arinen eingenommen werden desto mehr punkte kannst du sammler ist dessen bin ich mir schon bewusst aber weißt du was ich eigentlich damit meine hast du schlau den ersten hast du schlau gebaut gratuliere ich habe schon fällt ja da kommt noch mal so einer war das schon geworden darf ich noch fertig bauen nein das kann ja noch was werden heute abend nexus ich versuche all deine fallout 4 videos anzuschauen das wird dauern und fange und eins an bin jetzt schon bei 12 cool ja ja das sind 200 was haben jetzt 256 folgen also verdammt viel auf alle fälle die runde wird so schnell zu Ende sein was bausten du da zusammen mann ich mache ich mache ich hau einfach rein alles klar du hast schon gewonnen du hast schon du nein ich habe noch nicht gewonnen setz ihn links ja setz ihn noch ein bisschen noch ein noch ein verloren der netz der unten rechts hin packen soll dann sagt er immer verloren und zogen quatsch weißt du das reicht dir das nein ich habe sechs ne jetzt 1 2 3 4 ja ich habe hier ich habe hier das wagst du nicht ratte bei mir gibt es keine punkte rank immer noch nicht ja eben das sind 256 folgen ziemlich viel also ich hoffe du geniesst es ich hatte auf alle fälle mega viel spaß beim let's play ich bin ja noch nicht fertig also das heißt die folgen die laufen noch ja Du, der war jetzt ein bisschen arg schnell. Scheisse. Ich glaub schon, du brauchst viel zu schnell in die Höhe. Ich sehe gar nicht so weit. Gibst du, das ist dein geheimer Plan. Möglichst schnell ganz hoch, damit ich das nicht mehr richtig sehen kann. Oh, die sind... ne, die auch nicht. Hätte ich unten hinbauen sollen. I have time, this is the time. Ja, fuu. Ja, klar, fall auch noch runter, komm. Alter. Alter, ist das ein Scheiss. Mann. Ich würde mir hier wirklich ganz viel Zeit lassen. Ich weiß schon, dass dein Ziel ist, möglichst schnell die 41 zu verbauen. Aber die Chance ist so gering, dass das klappt. Ne, ne, mein Ziel ist, möglichst schnell an die Booster zu kommen, um dir einen reinzudrücken. Ich glaub nicht, dass das funktioniert. Nicht wirklich. Ganzes probieren. Ich versuch's jetzt mal ganz eise. Ich versuch's jetzt mal ganz eise. Jetzt schwenk, dankeschön. Dann mach ich mal ganz schnell. Hiiii. Nein. Die Musik erinnert mich einfach wirklich an Sherlock Holmes. Ah, der war super. Ah. Ah, fuu. Nein, wenn du jetzt Zement kriegst oder so oder löschen, probier ihn zu löschen. Ja, aber das war nicht der letzte. Viel Spaß mit dem Klavier. Ja. Fick dich doch. Du bist mir wieder mal ein Ding zu schnell. Nein. Nein. Wir kriegen dann so tot. Wenn die schon dabei sind. Nein, das ist hilfreich. Ah, nein. Nein, ist es nicht. Oh, hui. Oh ja. Ich krieg wieder ein Herz. Wer wirft denn hier mit Klavier um sich? Nein. Ja, klar. Wo war denn das Herz? Ich hab das doch berührt. Mein Gott. Sie sehen bei Nils das schiefe Dachgeschoss. Das muss so sein. Das muss so sein. Neue Bauweise, damit auch ja kein Schrank ins Dachgeschoss passt. Das trainiert die Bauch, Bein, Arm, Brust und Rücken. Wenn du das aufs Dach musst. Ja. Viel Spaß den Dachdeckern, ne? Brandy, ja. Wenn du das DLC erst jetzt bestellst, dann kriegst du, glaube ich, den ganzen Content noch. Also, ich hab auch noch nichts bestellt. Jetzt zu diesem Zeitpunkt. Nein, jetzt ist zu spät, also. Ne, wir können immer noch voller Elan und Ruhe bestellen. Was machst denn du wieder? Ich frage sie, was machst du denn wieder? Sind das wieder für scheiß Steine? Ja, ich mach eben nix. Das ist ja das Schöne. So, du kriegst mal ein bisschen Nebel hier erstmal. Das finde ich nicht so toll. Schon. Du hast ihn einfach gelöscht. Du Ratte. So funktioniert's. Oh, nicht gut. Nicht gut. Wir bauen hier weiter, Jungs. Wir bauen mal ein bisschen schneller in die Höhe, damit Fafi Schwierigkeiten bekommt. Oh, das ist nicht gut. Ja, fuck verloren. Dann einfach zwei Etagen wieder der Cheater. Mein Gott, ey. Gut, bis zum 19.09. Ja, am 19.09. wäre der letzte Tag, wo du das DLC noch vorbestellt hast. Deswegen mach ich mir auch nicht so einen Stress. Das Problem ist dann einfach, dass du nur bis zum 16.08. Zeit hast, deinen Account zu übertragen. Auf die neuen Kontrollen. Nein, nein, nein. Das hab ich das... Nein, nein. Ab dem 16.08. kann man ihn übertragen. Das hab ich das letzte Mal irgendwie falsch verstanden. Ich hab noch ein Infovideo rausgehauen jetzt auf dem Hauptkanal. Okay. Verlinke es gleich noch bei mir. Hö, was? Es fängt schon an. Ja, super. Ah, sorry. Ich dachte, du bist ready. Ja, ich war ready. Weil ich, 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 ich hatte nur nicht gewusst, dass du schon so ready warst. Ach. Ach. Ach, ich baue mal groß. Du kriegst jetzt erst mal ein bisschen langsamer hier. Myaute ist zack, ha colour, der Gedanke. Ich finde tiefCONUL détestIS ... Schöne, schäuche ich aber worüber in die drinst. Ach, der Gedanke. Hostage, duиновatestes Eine below ist, wenn du framework durchchen kann. Ja, fall runter ist okay. Komm. Das ist echt. Komm kommt, versuch'n du pluhnen. Ich laut. De Matter istening Nous betraut sich, wir wollen einen Autos auf und Das Problem ist, dass er gar nicht viel anrichtet, weil ich Sudo so Probleme habe hier gerade. Du auch? Jaja, überwuchert mir meinen Garten hier. Na endlich. Hier, nimm das mal. Gute, gute. Was? Du kriegst erstmal bisschen Garten da drüben. Ich will endlich mal den verdammten... Ich komm nicht vorwärts. Also der eine einfach hängt hier. Ich krieg den nicht weg. Na verschwind endlich. Na endlich. Gut reagiert Fluffy. Oh scheiße. Und tschüss. Den wollen wir nicht. Äh, bitte was? Ja. Bitte steigen Sie sofort auf Solarenergie um. Auf Windenergie um, entschuldigung. Jaaa, nee. Jaaa, nee. Jaaa, nee. So ne kantige Scheisse hier. Ja, jetzt sind es schon zwei. Verdammt. Jaaa, endlich. Nein. Muss sich Fluffy behindern. Und er fällt wieder genau so rein. Das gibt's ja nicht. Nein. Wie geiler Sekunde. Man. Paradox. Guten Abend. Brück mal L1 beziehungsweise L2 zum Steiner wegstoß. Geht das? Echt? Ja. Best als es jetzt. Oh oh. Warum habt ihr das ihm jetzt gesagt? Menno. Man kann Steine wegstoßen? Und jetzt wo ihr innen solltet ihr? Wie geht was? Tag, jetzt. Jaa. Und da muss jetzt noch mal wegstoßen? Jaa. Jaa.